Hallo von Café Roma in North Beach in San Francisco. Café Roma ist das Café, wo wir unsere ganzen Treffen haben. Wir treffen uns mit Menschen in der Gegend, wir treffen uns mit Nachbarn hier. Und mit jedem, mit dem wir uns hier treffen, gehen wir einfach mal zu Café Roma. Café Roma, wir sind jetzt seit sieben Jahren schon zu dem Café gegangen. Wir haben die verschiedensten Arbeiten hier gestaltet, wir haben die verschiedensten Connections hier angefangen. Das ist einfach ein super Platz, um Beziehungen aufzubauen. Und in der Zwischenzeit kennen wir so viele Leute in einem Café, wenn wir da reinlaufen und uns hinsetzen. Wir finden jedes Mal jemanden, den wir kennen. Die Arbeiter, die im Café sind oder die Leute, die kommen. Und wie gesagt, wir nehmen auch Nachbarn manchmal mit und treffen uns anstatt bei uns in der Wohnung, treffen uns hier im Café und kommen ins Gespräch. Cafés und Bars und Restaurants sind oftmals echt gute Ansatzpunkte, wo sich Leute treffen können. Und zwar einfach. Oder wo du Verbindungen mit Menschen aus deinem Wohngebiet aufbauen kannst. Weil Liebe deinen Nächsten oder Liebe deinen Nachbarn zählt nicht nur der Nachbar direkt nebenan, sondern auch deine Wohngegend. Also Menschen, die bei dir wohnen. Und das ist auch sehr wichtig, dass man damit Verbindung aufbaut. Ich möchte dich ermutigen, dass du deinen Nachbarn einfach mal mitnimmst zu deinem Lieblingscafé oder zu deinem Lieblingsrestaurant oder Bar oder was auch immer in deiner Gegend ist. Weil wenn du an Jesus denkst, wo hat er seine Leute getroffen? Er hat sie getroffen, wo sie sich natürlich treffen würden. Er ging beim Steuereintreiber nach Hause. Bei anderen trifft er sich auf Festen. Er trifft sich an verschiedensten Orten. Aber er trifft sich immer, wo sich die Leute automatisch schon treffen. Richtig? Und genau daran möchte ich dich ermutigen. Feinde, finde den Ort oder den Treffpunkt in deiner Wohngegend oder in deinem Gebiet, wo sich Leute schon treffen. Krähe keinen neuen, sondern treff dich einfach dort mit denen. Und lade auch deinen Nachbarn ein und geh zusammen. Geh mit einem Nachbarn mal abends einen Kaffee trinken oder morgens einen Kaffee trinken. Ist vielleicht besser, weil sonst kriegst du eigentlich keinen Schlaf. Aber nimm die Möglichkeit wahr. Ich möchte dir ermutigen, dass du diese Woche den Ort findest in deiner Wohngegend und dann öfters dorthin gehst. Vielleicht ist da auch eine Bäckerei, wo man Kaffee trinken kann. Oder vielleicht ist was Kleines, spielt keine Rolle. Vielleicht sieht es in Deutschland auch ganz anders aus. Ich weiß nicht, wo man sich da gerade trifft, was da gerade so in ist. Aber find den Ort und du machst einen großen Unterschied. Hab eine super Woche. Tschüss. 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 Tschüss.